Ladies and Gentlemen, rrrrrrrr Russikboopsik ist am Start und heute mit einer ganz kranken Challenge Und zwar die Kanister-Challenge, Leute Wir benutzen die Kanister nicht um die Autos zu tanken Sondern wir benutzen sie um der Champion zu werden Und mit dabei ist heute ein Kandidat namens Gleb Hallo Leute, das wird eine richtig kranke Challenge Deswegen lasst auf jeden Fall ein dickes Nike Ihr werdet schon sehen was passieren wird Und Leute, ich kann euch einfach sagen, bleibt bis zum Ende dran Es ist einfach unfassbar was da passiert ist Viel Spaß So Leute, wir sind jetzt in zu dem Game Und Gleb, der Gleb, der wird jetzt heute verlieren das erste mal ne ja jetzt also du hast gerade ja gesagt dass du heute verlieren wirst aber ich habe gerade gesagt heute ist dein erster tag wo du verlieren wirst du hast ja gesagt ja nicht so schlimm weil du verlierst sehen wir auf jeden fall heute geht es wie gesagt um tanken ist da wenn man tanken ist findet bekommt auf jeden fall die challenge und nein du wirst nicht glauben was ich gefunden hast du wirst einfach nicht glauben was ich gefunden also du kannst eigentlich schon dein tankkanister nehmen und einpacken du hast ein tankkanister ich habe zwei tankkanister ich habe zwei tankkanister wollte ich dir nur sagen also ich hab zwei ja ich hab drei tankkanister ich will dir nichts sagen du bist zum ersten mal jetzt hier ne gut abstand halten guck hier einer hier einer und hier einer siehst du bist du verrückt jetzt hast du noch ein glib bist du glib bist du behindert ja bleibt das darfst du nicht machen das ist wo ich habe ein gesprengt kobe okay ehrlich wärst du jetzt würd dich auslasten aber so ist okay ehrlich was machen die warum kommst du mir ach komm du weißt schon dass du gerade zwei tanken ist dass man mir in die luft einfach gejagt hast nur zwei ja ich habe noch einen was wir ich habe die ganze zeit kein schild mein wirst du schild hey machst du das was ist das was ist das für gegner was spricht ich hier rum alter was ist das für die challenge ich lande auf seinem kopf oh mein gott baut einer einfach fläche was machst du bruder was hast du getan oh mein gott der dreht sich um und kühlt mich fast man ich habe lamborghini vielleicht hat er ein tankernister ja vielleicht hey du kleine ratte nein niemals niemals bleib doch stehen du hast meine lamborghini geklaut hast du einen zwei 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 ein blatt und ich bin hier lkw verspürt straße man das race war das race machen das race machen das race machen zur nächsten tankstelle ok ok wer ist das bei dieser tankstelle hier fahren andere richtung was ist das für ein weg du kannst du kannst du kannst du gar nicht so viele tanken ist damit nehmen doch 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 wie viele hast du ich bin fast hier ich bin fast gestorben bruder ich bin fast tot man ich habe mich komplett in die luft gesprengt wegen diesen mit diesem tag hast du damit bekommen ja das ist gut jockey polki mataki du hast vier tankern ist ja und jetzt ist die frage wirst du einen fünften aufnehmen aber dafür ohne waffen spielen oder oder wirst du mit vier ja aber du hast jetzt keine waffen mehr bist du dir sicher komm gib mir einfach ein und nimm deinen shotgun ich habe drei ich habe drei ich habe drei ich glaube dir gar nicht dass du fünf stück hast ich glaube dir gar nicht dass du drei stück hast ja leg mal einen auf dem boden damit ich glaube wenigstens ich habe keine ich habe keine fernkampfwaffe du bist so blöd ich dachte nicht dass ich mit shotgun die abschießen kann tut mir leid aber ich bin bei der nächsten tankstelle ich bin bei der nächsten tankstelle ich habe keinen tankern ist nein ich habe doch kein tankern ist da da ist der grappler typ ja aber digga was nehme ich jetzt mit der grappler und dinge oh mein gott ja und was bringt er dir jetzt ja ich kann mich zur nächsten tankstelle nächster gegner 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 oh mein gott ich bin zu schnell gerade einer fliegt über mir oh mein gott ich habe noch ein hast du ein wie du bist du fliegst jetzt viel schneller als ich mann ja aber was willst du denn jetzt danach machen wirst du jetzt grab lohn kann ist das spiel oder was ja aber das ist auch eine option mit grappler könntest du ich könnte ich könnte dir so einen tipp geben für den sieg oh danke ich wollte ihn zwei hier vor mir sind gegner du hast echt keine waffe hast du vier kann ist und ein grappler ja hier hier ist eine kiste es ist ein bot das ist ein bot das war ein bot glaube ich das war kein normales ich habe jetzt fünf kanister ich muss aber noch eine waffe nehmen ich brauche ein kanister unbedingt bevor du den kanister kriegst kriegt ihn keiner was wenn wir beide was wenn wir beide gleich viel haben guck mal das ding ist du musst dir halt merken wo ein kanister ist ey komm ich stirb einfach jetzt dann habe ich gewonnen ja ok komm guck mal du hast keine waffe ich mache einfach lärm auf dich hier ist glib hier vorne ist glib guck an hier ist glib hier ist glib oh warte ich tschüss 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 Pupski ich weiß nicht alter fünf kanister und einfach mit helikopter in die luft fliegen und warten bis du stirbst das ist unfair du hast nur vier ne ich hab fünf jetzt nein du hast vier du hast keine waffe ja aber und du hast eine waffe ich habe keine waffe mehr du hast keine waffen mehr geh weg ja und was wirst du jetzt machen tankkanister mitnehmen und grappler liegen lassen ja oh mein gott du hast den fehler gemacht ich habe jetzt den grappler ich habe den grappler ja ich habe ihn jetzt ja ich habe schon welche keine panik aber ich habe die noch nicht eingesammelt ich bin erstmal noch mobil weißt noch nicht eingesammelt richtig dann mach ich glaube ich kaputt auch viel spaß oh mein gott ich hab geschossen ja ich bin weg scheiß auf meine tankkanister ich geh weg ich geh weg du 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 weißt du was ich mein bleib da vorne ist ein kanister man kann ich ihn dir nicht hergrabbeln du bist ein grappler ich hab ein grappler aber jetzt ist die frage willst du nicht den kennissen fallen lassen um die gegner zu töten weil wenn die uns sonst ist es wer als erstes es tötet weil wenn du stirbst vor mir kann ich einfach ein kanister von dir aufsammeln damit habe ich auch für dann habe ich gewonnen oder ich warte einfach bis du stirbst oder du wartest bis ich sterbe aber ich rüsste mich gerade aus oh die ist bei dir die ist bei dir pass auf oh die kommt zu dir damit sie dich abschießen oh mein gott ich bin tot ich bin tot oh mein gott viel spaß ich bin tot oh mein gott wir müssen zwei gegner einer vor mir sofort bruder geh weg geh weg geh du doch geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg ah aber warte wenn du stehst muss ich noch ein kanister aufsammeln wer dort ist fünf ja ich weiß wie wir die töten können ich weiß du kann es explodieren lassen sollen wir die explodieren lassen aber ich habe keine waffe zum auf kanister schießen hast du eine nein spitzsack jo okay okay bl*** einer ist in der zone verreckt dich einfach ich töte ihn ich töte ihn oh mein gott hast du waffen nein ich habe ihn einfach in die zone reingeworfen ich habe mich getötet oh mein gott oh mein gott was passiert hier er hat ein kanister gehabt da ist ein kanister nein nein oh mein gott ich habe immer noch keine waffen ich sprühe kann ich ein bisschen benzin auf die sprühen was passiert da nichts ich habe ein bisschen benzin auf die gesprüht bruder bruder das ding ist du führst gerade die challenge an das ist dir schon bewusst ne oh mein gott ich habe nur noch 100 mats ich habe nur noch 100 mats oh mein gott oh mein gott alles gut da oben nein bruder mir geht es gar nicht gut ich habe keine mats mehr bruder das ding ist sie fokussen mich gerade nein die zone du kannst auch noch immer noch gewinnen die zone ich falle ich falle verreck bitte verreck komm ich bin tot komm bitte ich bin tot ja ich habe gewonnen oder oh mein gott nein nein du hast die challenge gewonnen wie krank ja ich habe sogar wir haben niemals ich habe gewonnen ich habe gewonnen ich habe gewonnen ich habe gewonnen Leute das war eine der krassesten Challenges mit Gleb den a.k.a. Clip wenn ihr bock auf noch eine challenge habt dann lasst auf jeden fall jetzt ein dickes like da abonniere den kinder like die wird alles Leute create codes bis zum nächsten mal tschüssi Keglebuschik tschau